Hirten auf freiem Feld halten Wache bei ihren Schafen. Plötzlich ein unglaublich helles Licht. Ein Engel vor den Hirten. Sie erschrecken und sie fürchten sich sehr. Doch der Engel sagt, habt keine Angst, ich habe eine Freudenbotschaft für euch und für alle Menschen. Heute ist Christus in Bethlehem geboren. Der wird euch erretten. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einem Stall, in einer Futterkrippe. Und plötzlich sind bei dem einen Engel viele weitere. Die singen und rufen. Großes Gott im Himmel, denn sein Frieden ist auf die Erde zu den Menschen gekommen. Gott hat jeden Menschen lieb. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020